Sonntag ist Uli heilig Hallo Zweiter Herr Schaam, machen Sie Ihre Katze bitte auf Einmal, ihr Katze Gehen Sie einmal mit rüber Ich wollte gern einmal Toiletten Zweiter Gang Und auf der rechten Seite Hein? Schüssel bitte Sie können auch gerne hier Juchu Gucci zeigt mehr Gucci zeigt mehr Präsentationen und so Aber Louis ist auch heftig Süßer Hund Was macht er? Was machst du denn hier? Biere sind kaputt gegangen Scheiße 7,1,9 15,48 Danke Chef Darf ihr nicht Ich heiße Jeff W.H.D. Da shoppen Touristen Hamburger im Kiez-Discounter Kunden versorgen sich jeden Tag mit 5.000 Skittel Ja, direkt Jeden Tag, ja Dosis finde ich hier nicht Muss doch jemand sagen, die diese Dosis kennt Ich bin doch links Schmille Hallo Die Texte Butter Käse Eier Scheiße Ja Butter Eier 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 So, was kriegst du? Bananen Meine Frau sagt auch Wir brauchen Ja 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 Sind Sie Inder? Nein! Doch! Manchmal! Tunnel 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 oder? Tunnel Wir waren auch im Tunnel genauso wie du Haben wir um! Spaß Dies Ich respektiere keine Aussage Raus Na junger Mann Das können wir alles gleich komplett Du bist zu stehen Der König hier von der Straße Runter Du schlägst mich nicht nochmal Ja, ich brauch mal bitte einen Peter für einen Penny auf der Rippe Ich bin hier der Mann und ich brauch bitte Hilfe Ich hab grad zwei Leute rangegriffen, jetzt hab ich ihn auf dem Boden Mr.Totain Wir waren ja von hinten auf mir gegen den Kopf zu Tumulte von Menschen die auf mich eingeprügelt hatten Platzverweis Ja? Ja Erstmal gucken Tatverwurf, wie auch immer Erwünschte Besucher verweilen gerne im Bereich Was ist denn da? Mal schauen wieviel das ich zusammenkriegt Mit der 2E2 zusammen Bestimmt über der von 4.000 4.000 50 dürfen das sein Bisschen weniger als 50 Ist ganz günstig für 50 Ich rechne immer noch Mag's auch noch rum dann her Muss, 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 muss man ja Ich bin ein armer Rentner Nur wegen dem Cooler hier Wahnsinn Kann ich verstehen? Ja Machst du Party Oder keine Party? Ich habe Ich habe studiert A, B und C Und die 6 Letztes Mal war Zapsarab Anzeige Ich kenn Zapsarab Ich Bublkurva Ich bin Käpt Ich hab hab studiert in einer Universität Der Seemann ist gestrandet Papa, du Feudel der Leidenschaft Was sieht an, Pirat? Und er wollte hier im Markt rauchen Ich wollte gerade nach dem Liedentrennen Und ja, dann hat er sich vor ihm aufgebaut Und dann hat Herr Petersen ihn einfach nur geschubst Und dann hören Sie mir noch mal ganz kurz zu Sie halten einen weiß Wir müssen es schriftlich haben Harald hingegen bleibt ein Freier Nur an diesem Tag wird er von der Reberbahn ferngehalten Seinen Lieblingsdisk Spuck auf deine Züge, du Kacka Gib mir mal ein 1 Moll, bitte